Willkommen in der Cura Cosmetics Group. Es freut mich, dass ihr heute da seid. Wir sind hier in der Judith-Williams Beauty World und wir schauen heute hinter die Kulissen. Wir bei der Cura beschäftigen uns mit Schönheit von Kopf bis Fuß, Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege und vor allem auch Profins. Gerhard, jetzt habt ihr nächstes Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum. Wir als UNIQA General Agentur sind total stolz darauf, euch in diesen 25 Jahren von Anfang an weg begleiten haben zu dürfen und diese Entwicklung miterleben haben zu dürfen. Kannst du dich noch erinnern, Martin, wir waren damals fünf Gesellschafter. Jetzt sind wir 200 Mitarbeiter in dem Haus und haben schon ins Gebäude hingestellt. Also es hat sich was getan und ich bin schon froh, dass es mit euch so gut geklappt hat und dass uns die UNIQA von Anfang an so begleitet. Ja, das hat auch immer Spaß gemacht, euch zu begleiten. Vor allem der Bogen von der Kfz-Fuhrparkversicherung über Gebäudeversicherung bis schlussendlich hin Mitarbeitende zu fördern im Gesundheitsbereich oder auch mit Vital Coaches. Das macht einfach Spaß. So leben wir beide zusammen. Vorsorge, Gerhard. Hallo, mein Name ist Kathrin Wintele-Breindl. Ich bin Head of HR bei der Cura und Mitarbeiterinnen legen uns in unserer Firma sehr am Herzen und deshalb sind wir sehr froh, gerade die UNIQA und speziell Martin als unseren Berater an unserer Seite zu haben. Danke für das Kompliment. Wir sind auch froh, dass wir kürzlich jetzt eine Gruppe Krankenversicherung bei Ihnen. Dazu gehört auch das Service eines Vital Coaches. Diese Vital Coaches sind perfekt ausgebildet im Gesundheitswesen und beraten alle eure Mitarbeiterinnen im Bereich mentale Stärke, Ernährung und Bewegung. Wie man weiß, ist das Thema Nachhaltigkeit und Vorsorge für die Cura seit Anbeginn sehr wichtig. Ich denke, das merkt man auch bei unserem Firmennamen. Cura kommt ja vom lateinischen Curares sich kümmern und so wollen wir uns um die Umwelt kümmern, aber auch um die Menschen, das heißt um unsere Kunden, um unsere Mitarbeitenden, aber eben natürlich auch um unsere Partner. Ja, da passt die UNIQA perfekt zu euch, denn wir können uns um euch kümmern. Genau.